Fast jeder liebt sie. So mancher ist ihr unheilbar verfallen, der eine preist sie als Wundermittel, die andere fürchtet die Kalorienbombe. Schokolade ist aus unserem Alter kaum mehr wegzudenken. Unter all den verschiedenen Firmen, die das Genussmittel auf den Markt bringen, sticht eine ganz besonders hervor. Die von Josef Zotter. Meine Frau ist ein Zotter-Fan. Sie mag grundsätzlich nur Zotter-Schokolade, weil ein Business ist jeder andere. Die Initiative für eine gerechte Welt Ottensheim hat den erfolgreichen Chocolatier eingeladen, seine Gedanken zur Diskussion rund um das Wirtschaftswachstum kundzutun. Und die klingen ganz und gar nicht nach einem typischen Businessman. Man braucht sich heute nicht mehr mit dem Speer in den Oberkörper schießen oder mit Gewehren auf den Menschen schießen, sondern der wirkliche Krieg passiert ja definitiv da draußen in der Wirtschaft. Der Nachgeschmack von Schokolade kann auch sehr bitter sein, wenn man bedenkt, dass in den meisten Exportländern Kinderarbeit oder Bestechung an der Tagesordnung stehen. Josef Zotter spricht offen über solche Tabuthemen. Denn in seine Schokolade kommt nur Fairtrade-Kakao. Die Drecksarbeit, die früher hier gemacht worden ist, die wird jetzt ganz woanders gemacht und wir sehen sie nicht mehr. Gerade bei den Projekten von Josef Zotter sieht man das in Lateinamerika, in Nicaragua, dass Kinder wirklich in die Schule wieder gehen können, dass die Eltern nicht emigrieren müssen in die große Stadt und dann in Ellen zu leben. Das muss ja jeder Konsument irgendwie selber entscheiden. Wenn er glaubt, dass er Schokolade um einen Euro geben kann, dann stimmt eigentlich zu, dass es solche Missstände gibt. So einfach ist das. Während viele Unternehmen den Bärenanteil ihrer Einnahmen in Werbung stecken, kommt der Familienbetrieb fast ohne aus, betreibt nicht einmal Marktforschung. Dass die Zotter-Manufaktur trotzdem sehr erfolgreich ist, verblüfft daher viele Wirtschaftsexperten. Vor 50 Jahren war es wahrscheinlich notwendig, Werbung zu machen. Da hat es eine neue Waschmaschine gegeben und keiner hat es gewusst. Aber heute weiß man ziemlich alles, was es gibt auf dieser Welt. Das Einzige, was fehlt, ist tatsächlich mehr tiefgründige Produkte oder nachhaltigere. Nicht nur bei den Kakaobohnen selbst kommt es Josef Zotter auf Nachhaltigkeit an. Auch bei allen anderen Zutaten wird auf Bio-Qualität und Regionalität gesetzt. Selbst die Verpackungen sind umweltfreundlich. Bei so viel umweltpolitischem Engagement vergisst auch Frau gerne mal aufs Kalorienziel. Mit Untertitelung des ZDF für funk, 2017 but Projekte von hug und blue Vielen Dank.